Und da sind wir auch schon wieder zurück bei One Piece Pirate Warriors 3, aber heute wieder nicht im Karriermodus, sondern im Traummodus, wieder mit Law und sind hier unterwegs. So, und ja, der Piraten-Mega-Shoutout, also da will ich jetzt eben noch nicht hin, das will ich aber alles noch einmal machen, keine Sorge. Aber heute stellen wir uns auf Hauptgast V.A.s, genannt Feuerfaust. So. Ja, also, dann... Zeig mir wieder mit Trafalgar-Law, was wir können. Oh, Franky. Nami und, ähm, wer heißt er? Ne, nicht Arlong, sondern, ähm... Äh, wie heißt das Spiel in V.A.? Ne, äh, äh... Äh, oh. Hä, jetzt kann man sowas machen? Okay, und, ähm... Äh, äh, stärker... Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Uh, dann habe ich da ja bis jetzt immer was vergessen. Wie so aussieht da... Das ist gespeichert. Okay, das ist gespeichert. Münzern kann ich leider... Oh, doch, ich kann von Enel. Aber ich gebe erst mal das B hier. Ich kann die Angriffskraft deutlich erhöhen. Okay. Das kann ich wiederum nicht machen. Dann begehen wir den Kampf. Wittige Ace! So. 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 Wo-ha. Oh. Oh. Hier kommt da ein Kapitän. Zack. Okay. Dann müssen wir nach Süden. Nami. Ah, okay. Wir können... gingen das auch schon vorher so. Wir haben ja hier... ...Fischmenschen verwarzen. So. 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 So, aber jetzt... Ich sollte da vorne da sein. Ich bin da. So, jetzt können wir den Kitsuna... Den Kitsuna-Angriff starten. Oh... Oh, das zieht. Das zieht. Oh... So... Okay, wir haben jetzt auch wieder einen neuen... Okay, äh... Oh, da ist Podcast DS. Oh... 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 W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Uh, das Habidavi jetzt aber ihn erstmal wegvollzelt. Ich muss den Weg entleutzen, wenn ich ihn nicht mehr so lebe. Ah, das ist, ähm, jetzt erkenn ich's erst wieder. Jetzt erkenn ich's wieder, das ist das eine... Oh, Lobschieb, was macht ein Lobschieb? Ja, genau! Ach, genau, erst mal noch Teach. Wunderschöndler, die Teach. Wunderschöndler, die Teach. ...Wunderschöndler, die ich aufstbebe. Wunderschöndler, das ist nicht ein. Oh, nein. Uh, das zieht wieder Böse rein. So, wer hat's jetzt das Nächste? Da hat er Lopin. Oh, der Lopin hat's auch erwischt. Oh, der Lopin hat's auch erwischt. Hey, das hab ich noch gar nicht mitbekommen. Ach, da war ich gar nicht drin, bis jetzt. So, dann haben wir auf dieses Territorium eingenommen. Oh, ja. Oh, ja, aber der ist ja leicht zu besiegen. Ja, ja, ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Das hat Böse. Das hat Böse. Autsch, 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 jetzt wird es mir ein bisschen hier zu viel. So, oh, das war's. So, oh, das ist mir, das ist mir. Perfekt. Ja, da gibt es ein paar, kriegen wir ein paar von den Münzen, wir wissen ja immer gut, und ein Kopfgeld von 2 Millionen, oder Preisgeld, oder irgendwie Berries, haben wir so viel. Okay, da 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 da. Ace kann jetzt an Kämpfen im Traumlock teilnehmen, okay. Einige Karten können jetzt an Kämpfen im Traumlock teilnehmen, Ace kann jetzt im freien Lock und Traumlock ausgewählt werden. Ei, 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 ei. Äh, achso, wir kommen jetzt gerade nur so weit hin. Cp9 vs. Weltregierung. Ach, was steht da? Äh, jetzt hat es ihn, äh, Cp9 ist die Geheimpolizei, der Weltregierung, jetzt hat ihn jedoch die Stunde geschlagen. Es skatiert Cp9 auf ihre Flucht vor der Weltregierung. Die Person war erzwingen. Eile zur Rettung. Decke den Rückzug. Jemand wird vom Feind verfolgt. Hilf ihm bei der Flucht, okay. Da gibt es ja verschiedene, da rechts geht es dann zur Maria. Wenn ich ganz gerne hätte, wäre, äh, äh, Doflamingo, Dofams. Ich finde, den ist, der ist ein guter, also guter Gegencharakter. Aber, jedenfalls, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Hö Eating Reategory. Schm your Vielen Dank.